Na, deutscher Landsmann? Läuft's letzter Zeit nicht so gut? Im Ausland ist man als Bundesbürger unbeliebt? Und einer unserer Mannschaften hat mal wieder eine krachende Niederlage erlitten. Aber macht ihr nix draus. Jeder weiß, dass wir die Besten sind. Hier auch zu sehen in diesem patriotischen, wunderschönen Werbespot. Die Sons of Germany are the most handsome. FACT! You all drive our efficient cars. FACT! Germany always wins. You will play me head-to-head online through your dreamcast. As you say, come and have a go if you think you're hard enough.